Am Ende wird alles gut werden. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht am Ende. Der Satz von Oscar Wilde zeigt uns und gibt uns Mut, länger durchzuhalten und darauf zu warten, was am Ende vielleicht kommen könnte und was alles gut bedeutet. Vielleicht kriegen wir was Neues, womit wir nicht rechnen.